Das sieht mir noch ein Bohrer aus. Okay, man hat ganz andere Kombos mit dem. Ähm, wenn ich die Faust ausdrücken drücke. Ah, okay. Okay, das ist nice. Das ist nice. Ah, okay. Dann können wir jetzt in... Man kann Leute wegdrücken und ranziehen. Und man kann nicht mehr... Können keine Leute greifen. Okay. Okay. Was haben wir hier? Äh, 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 einmal reparieren. Okay. So, jetzt haben wir ein neues Geld für den Bohrer, richtig? Richtig. Krafttornado, Flügelschnitt. Nein, 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 nein. Erstmal gucken. Miniaturtonado. Orkanhieb. What the fuck? Äh, äh. Nee. Ich nehm Orkanhieb. Ähm, und wir können jetzt auch ein SP nehmen. Nee, wir haben wahrscheinlich nicht genug. Aufwärtshaken... Aufwärtshaken im Sprung. Klingt gut. Ah, jedes Mal den falschen Knopf. Ey, ist unglaublich. Kein Geld. Kein Geld. Okay, die sind wahrscheinlich alle teuer, ja. Ist hier noch irgendwas? 200. 200. 200. What the fuck? Ha, 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 ha. Geil. Ah. Ha, ha, ha. Ah. Ah, herrlich. Nicht tot. Okay, das macht aber anscheinend nicht viel Schaden, das Ding. Okay. Hora. What? Geil. Ah, ha, ha, ha. Äh. Hallo. Hallo. Flip. 1-2-3 kh in the woods. Please allow me to introduce myself. I am Flying Maus, Prince of Thieves. So, how did you end up trapped in a wooden barrel? Come on, it's called a bunker. Say, did you end up here because of an iron dog trap? Night. I heard you shouting help. Na klar. Ja. Ok. Wir haben ihn bekommen. Wo auch immer diese Truhe ist. Ah. Oh. Äh. Moment. Ok. Ja, komm. Hm-hm. Zweimal trinken, bitte. Hm-hm. Hm-hm. Ok. Da können wir hoch. Ah. Hier können wir aber noch nicht lang. Ok. Ah, da kann man von der anderen Seite mit der Faust gegenhauen. Das sieht man auf der Minimap. Da braucht man die Faust für. Boah, das war knapp. Wir gehen hier nochmal links. What? Hm-hm. Ach so, der, ähm, Hebel holt den wieder hoch, wenn der unten ist. Hier ist doch noch irgendwo ne, ne Kiste, dachte ich. noch ein Pflanzensamen. Okay. Hier können wir... wir sindってる. deserve s leggen. Komm her. Was? catchy pound Okay, aber nein. ி tin den die Was? Nein. αυτό drug Es ist so geil Es ist so geil Äh Herrlich Das war knapp Fast in den Laser gesprungen Ups Hui Aha What? Okay Ich verstehe Pflanzen Alter Oh, da kann das halt nicht richtig sehen, finde ich Äh Okay, mal kurz chillen Jetzt Okay Nice Können wir jetzt, glaube ich, eine Abkürzung aufmachen Ja, vielleicht Teleporter? Ah, okay, geil Nice Ah, hier haben wir die Paria-Dinger bekommen Die auch immer man dahin kommt Da können wir zurück Okay, wir können jetzt zurück Interagieren Okay, wahrscheinlich müssen wir erst einen anderen Teleporter finden Na Ah Ach, weiter hoch können wir nicht Okay Na gut Aha Uh Geld Geld, Geld, Geld Sehr viel Geld Wir brauchen Geld Ähm, ja Diese Waffe, ey Okay Schön Okay, hier nochmal nach rechts Und bin ich hier nicht hochgesprungen EP-Verbindung Ach, das gibt's auch Wir können auch mehr EP bekommen Alles klar Reparieren Doppelzerstäubung Ja Ach, da ist eine Kiste Ups Äh Shit Ich hab doch gedrückt Parieren Hä? Junge, wann bist du denn Danke Tod Holy fuck Ist er jetzt wieder da? Wie seid denn die? Ne Okay Okay Okay, da ist die Kiste Was kriegen wir? Uh Schön Ein LP Extrakt noch Können da oben lang Ja Ja Da gehen wir lang Jetzt können wir hier durch Äh, hier lang mit dem Oh Ja gut, dann nicht Tschüss Ach, man muss noch einmal ganz kurz machen Okay Okay Da unten kommt man aber noch irgendwo hin Vorher Today Oh 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 Ah Under Oh 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 Okay. Jawohl. Oh, diese ganzen Geschosse nerven halt echt richtig krass. Komm, hier ist doch bestimmt noch was, oder? Nee. Wir müssen da aber nochmal runter. Ah, hier sind wir. Gucken, wo man da hinkommt. Hey! Hab ich voll übersehen. Hätte man die ganze Zeit schon hingekonnt. Okay. Nice! Nice! Was haben wir jetzt noch? Wir reparieren natürlich. Jetzt. Auch einfach Wasser. Und wir duschen. Hm, 258. Oh, Mann. Jedes Mal falscher Knopf. Nee. Äh, ja. Äh, ja. Das ist jetzt das hier. Hä? Hä? Ich hab' ich falsch geguckt. Habe ich doch eben gemacht. Das geht nicht. Hä? Okay. Okay, das Timing ist ja super weird. kann das nicht einfach danach drücken muss ein bisschen warten warum auf einmal naja kann man jetzt hier nicht mehr lang oder nicht mehr zurück ach scheiße gut dann müssen wir rechts lang hier war der bus und hier geht es jetzt hoch korrekt korrekt scheiß auf euch einmal trinken bitte oh ja kann man das ist nur deko es tut nicht weh wenn man gegen die wand klatscht wie weit oben wir einfach waren und also wie weit runter wie gegangen sind sprechen schade nix zu das mhm so i have a favor to ask you a lot of our furtus and brothers have been thrown into the prison don't worry master will i will intervene i am counting on you rating is now more than a match for the elderly sister nice Was wollte ich sagen? Ich weiß nicht, was ich sagen wollte. Ich habe es vergessen, was ich sagen wollte. Können wir... Nee, hier ist nichts. Ah ja, da können wir mit dem Bohrer laden. Hey, ey. Äh, so. Nice. Ach, das ist ein Aufzug wieder? Okay. Irgendwie hat das Lied ja... Also ich kann nichts dafür, weil irgendwie das Sound-Design ist ein bisschen buggy anscheinend. Dass manchmal die Musik oder die Sprache ein bisschen lauter wird. Das macht das Spiel. Kann ich nichts für... Okay. Wir sind wieder hier. Ja, moin. Wieder hier hin. Hä? Ich kick das... Ah, jetzt. Okay. Okay. Das ist... Ah, dieses Timing ist so... Au. Ultra weird. Okay, wenn er den zurückzieht... Jetzt. Nee. Jetzt. Ja. Okay, wenn er den zurückzieht. Den Bohrer. Dann muss ich drücken. Ich verstehe nicht, warum die das so gemacht haben. Wahrscheinlich wäre es sonst zu simpel. Hallo? Hui! Alter. Dü-dü-dü-dü-dü-dü-dü-dü-dü-dü-dü-dü-dü-dü-dü-dü-dü-dü-dü-dü. Ist hier irgendwas? Hm. Ja, ja. Pflanzensamen. Wie gesagt, immer noch keine Ahnung wofür. Was ist hier? Der Tod. I see. I see. Torch Tower is the iron dog's home base. I need to be extra careful. Report. The fugitive rabbit furnace has acquired the transformer trail and is approaching Torch Tower. Post-War-Guards to stop him. Yes, sir. What? Hat der sich teleportiert oder was war das gerade? Der ist halb mechanisiert anscheinend. Ja, moin! Au! Bat! So! Was ist denn da oben? Okay. Schalter für die Tür oder eine Luke. Da können wir dann von der anderen Seite wieder rein. Moment mal. Aha. Okay. Da ist was. Da kommt man aber nur von der anderen Seite ran. Düm-düm-düm-düm-düm-düm-düm-düm. Und zwar von hier. Jopp. Wieder ein Pflanzensamen. Ah. Okay. Okay. Da geht's noch weiter. Gespannt wie. Unterer Brennerturm 49,01 Prozent. Okay. Die Hälfte vom unteren Brennerturm haben wir. Anscheinend. Okay. Krass, wo wir einfach alles schon waren. Kommt man von der anderen Seite immer hin. Na gut. Da haben wir angef... Nee. Haben wir da angefangen? Ob schon. Na gut. Okay, Freunde. Das wär's dann erstmal von mir. Erste Session von Fist. Forged in Shadow Torch. Bis jetzt super geil. Also die zweite Waffe ist immer super nice. Geile Idee. Ein Bohrer, der gleichzeitig ein Propeller ist. Mit dem man noch Utility-Sachen machen kann. Richtig nice. Ich habe richtig Bock weiter zu spielen. Schreibt doch mal in die Kommentare, ob ihr das Spiel bis jetzt findet. Ob ihr auch Bock habt weiter zu spielen. Mit mir zusammen. Ähm. Jo. Lasst einen Daumen nach oben da. Ein Abo. Würde mich sehr, sehr freuen. Hilft mir immer. Jo. Und bis zum nächsten Video. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Macht's gut. Tschüss. 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 bummer. Vielen Dank.